Okay, mir ist gerade aufgefallen, dass das neue Scharfschützengewehr extrem schnell lädt in Relation zu meinem alten und ordentlich Schaden macht. So, das ist dann zum Beispiel jetzt auch so eine Eigenart von den neuen Waffen, die man zum Teil hier jetzt bekommen hat. Es ist Pelz an meinem Sniper. Es hat Haare an komischen Stellen. Nur schwere Munition lässt man natürlich nicht liegen. Ach, und da kommen die nächsten. So, da geht es auch schon wieder direkt weiter hier. So, da geht es. So, wie fängt man hier hoch? Oh, da sieht man schon wieder ordentlich Party hier vorne. Jetzt blüht er. So, fixen wir hier um. Na, jetzt kommen sie aber gerade von allen Seiten hier. Na, der ist auch schon mal hinüber. Oh, ha. Das war eigentlich nicht der Kollege, den ich treffen wollte, aber nun ist es auch egal. Ach, nö. Ach, nö. Geht doch. Ach, da kommen schon die nächsten. Mhm. 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 So. So, jetzt kann man von hinten schön das Feld aufrollen hier. Ach, jetzt ist es ruhig. Mhm. Die waren aber jetzt echt schon anstrengend. Also daran merkt man eben halt auch, dass nach dem End-on der Schwierigkeitsgrad noch mal ein gutes Stück nach oben geschraubt wurde. Man läuft hier jetzt nicht einfach nur so durch. Oh, jetzt ist erstmal ein bisschen Laufarbeit angesagt. Ach, da fällt mir ein, ich glaube in diesem Bereich oder im nächsten war das, da gab es hier glaube ich sogar irgendwie die Möglichkeit Out of Map zu gehen. Okay, warum auch immer die sich jetzt einfach aufgelöst haben. Die Munition lasse ich natürlich nicht liegen. Die Munition lasse ich nicht. So, jetzt kommt erstmal Gegner mit schlechter Laune. So, jetzt kommt erstmal Gegner mit schlechter Laune. Uhra. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach die Hälfte ist ja schon mal weg Oh, jetzt hat er mich von hinten erwischt Dankeschön Dankeschön Mal gucken, eine Rakete gleich noch mal eben reinhauen Ach, nö Das ist natürlich immer schön beim Versuch dann zu heilen Oh, eine schöne Munition, wir haben nicht mehr da Das ist eigentlich immer so das ärgerlichste, wenn der Gegner eine wirklich kurzform drauf Gehen dann entsprechend doch noch durch sein Kleingekröse, was hier rumrennt, dann irgendwie noch alles raushaut Gehen dann Gehen dann Okay. Na, da ist aber die solche Munition, die ich da brauche. Ah, ich will mal nur im Weg. Ah, war gerne. 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 Ah, war gerne.